den typischen Aufbau eines einfachen Socket-Servers an. Der Socket-Server wird zunächst auch einen Socket erzeugen, diesmal einen Server-Socket und wird dann in einer Schleife, typisch einer Endlosschleife, warten bis tatsächlich die Eingabe bereit ist, wird dann eine Client-Verbindung akzeptieren, die kommt und wird danach einen Eingabe-Stream zunächst einmal öffnen. Das ist der Unterschied zum Client, weil hier symmetrisch der Server ja jetzt zuerst eine Eingabe, eine Anfrage eines Clients lesen muss, wird im Anschluss einen Ausgabe-Stream öffnen auf dieser Socket-Verbindung, wird dann kommunizieren und im Anschluss die Streams wieder schließen und gegebenenfalls, wenn die Schleife endet, auch den Socket wieder abräumen. Das setzen wir also jetzt in einem kleinen Beispiel um. Dafür brauchen wir, nachdem wir schon einen Client erstellt haben in der früheren Runde, jetzt eine Server-Klasse. Da generieren wir uns auch eine Main mit heraus, um das Beispiel jetzt hier klein zu halten. So, in dieser Main werden wir eine neue Instanz von uns selber benötigen. Das heißt, um aus dem Static-Kontext herauszukommen, und diesem übergeben wir am besten den Port. Jetzt haben wir uns beim Client schon auf einen Port festgelegt, der ein rudimentäres Akronym für Socket sein könnte. Und auf diesem Socket wird der Server dann listenen müssen, also lauschen müssen, ob ein Request hereinkommt. Das heißt, wir werden uns eine Listen-Methode definieren. Das ist, was wir jetzt hier betreiben, Top-Down-Programming. Sie sehen, das gibt es noch nicht. Diese Methoden, das heißt, wir erzeugen die jetzt einfach nach. Und dasselbe gilt hier für das Listen. So, jetzt ist der erste Mal zufrieden, aber natürlich sehen Sie, dass die Arbeit jetzt hier wartet. Wir brauchen jetzt hier im Konstruktor den eigentlichen Server-Socket. Das heißt, wir legen uns hier ein Member an. Und dieses Member können wir jetzt hier füllen. Jetzt geben wir dem I hier, was er automatisch generiert hat, noch einen sinnvollen Namen über Refactory Name, kurz Alt-Shift-R und nennen das Ganze hier A-Port. Dann entspricht es auch unserer Netzwerk-Terminologie. Und was wir jetzt hier noch machen müssen, wir müssen zunächst natürlich diesen Server-Socket importieren, damit er die Klasse überhaupt kennt. Und sobald wir das getan haben, merkt er, dass wir eine IO-Exception haben könnten. Und die werfen wir hier einfach zurück. Dann kann natürlich diese IO-Exception hier aufschlagen. Und das heißt, auch hier werfen wir die einfach zurück und kümmern uns nicht darum, wenn wir schon gar keinen Socket starten können hier auf diesem Port, weil der belegt ist zum Beispiel, dann kommen wir noch nicht weiter. Jetzt brauchen wir hier diese genannte Endlosschleife. Endlosschleife, wissen Sie auch, geht einfach über While True. Klassische Endlosschleife. Hier sollten wir normalerweise nicht rauskommen. Und jetzt brauchen wir genau, dass wir auf dem im Server-Socket vielmehr, auf unserem Socket, da drauf müssen wir jetzt dieses Accept machen und also eine eingehende Verbindung akzeptieren. Und das geht wiederum nur in einem Try-Catch, weil auch da eine IO-Exception auftreten könnte. Und wenn es funktioniert, dann bekommen wir von dem Accept einen einzelnen Socket zurück, wie Sie hier sehen. Das heißt, wir merken uns das Ganze jetzt in dieser Variable vom Typ Socket. Auch das müssen wir jetzt über STRG 1 noch importieren. Und diese Variable vom Typ Socket, die können wir jetzt übergeben an eine Methode, die die eigentliche Arbeit leistet. Nennen wir die mal Do.io und übergeben wir diesen Socket wieder top-down programmiert. Das heißt, jetzt müssen wir auch diese Methode wieder heraus generieren und können hier die eigentliche Arbeit leisten. Und die eigentliche Arbeit sieht sehr ähnlich aus zu dem, was wir in unserem Client hatten. Wir müssen jetzt auf diesem Socket die entsprechenden Streams öffnen und müssen dann auslesen, was passiert. Dafür können wir in den Client einfach zurückschauen. Hier hatten wir einen Input-Stream. Der muss hier jetzt, wie gesagt, ja zuerst kommen. Das heißt, wir können das einfach hierhin übernehmen. Get-Input-Stream könnte eine IO-Exception werfen. Die lassen wir dann hier halt werfen. Und jetzt können wir auch nochmal sehen, wie das symmetrisch im Client gelöst ist. Wir werden jetzt auf dem Input-Stream einfach gucken, wann sind wir soweit. Und wenn der soweit ist, dann lesen wir hier das, in dem Fall aber Request aus. Sie entschuldigen, dass ich an der Stelle tatsächlich Copy und Paste code, aber es sind tatsächlich Bereiche, die man so wiederverwenden kann. Das heißt, jetzt brauchen wir hier ein Request statt einer Response. String. Our Request gleich auf unserem Input-Reader und jetzt müssen wir dieses Request verarbeiten, indem wir jetzt hier eine Antwort schicken. Dafür brauchen wir jetzt unseren Output und unseren Output, das hier oben bei der Exception können wir gleich entfernen, wir werden die nicht weiter beachten und höchstens dann in Stacktrace ausgeben bei unserem Output. Da können wir wieder analog vorgehen zum Client, denn auch der Client definiert ja hier einen Output-Stream und darauf einen Print-Stream. und genau diese Streams werden wir ja auch hier benötigen. Das heißt, wir definieren uns die aber besser vor der Schleife und jetzt können wir hier unseren V-Output können wir etwas mitgeben über Print und typisch ist hier, dass man einfach mirroert, man gibt also das zurück, was man hatte. Wir schreiben hier jetzt zumindest nochmal als Information davor, was wir eigentlich bekommen haben plus V-Request und damit wäre unser einfacher Socket-Server hier schon fertig. Was Sie auch sehen hier oben, dadurch, dass Sie an das Do-IO diesen Socket übergeben und danach ja der Socket-Server schon wieder frei ist, um das nächste Accept zu machen, könnten Sie, wenn Sie das Do-IO in separaten Trades ausführen, hier sofort auch eine Parallelisierung erreichen, aber da werde ich später noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Was jetzt natürlich schön wäre, wäre noch, hier in einem Try-Catch das Finally hinzuzufügen, um auch diesen Socket wieder zu schließen. Wenn wir das einfach hinter die Endlosschleife schreiben, dann wird es dazu nicht kommen, aber das könnte man lösen, indem man das Try vor die Wildschleife setzt und dann hinter der Wildschleife das Ganze fängt. Man muss dann auch noch die Deklaration dieses V-Socket entsprechend rausziehen, damit in dem Finally-Block dieser V-Socket noch bekannt ist. Das habe ich Ihnen aber auf den Folien nochmal schöner aufbereitet. So, jetzt möchten wir das hier einmal laufen lassen. Lassen also unseren Socket-Server laufen. So, der läuft jetzt, wird erstmal natürlich keine Ausgabe zeitigen. Unsere Hoffnung hier wäre, dass dann der Client, wenn er dagegen sendet, eben die entsprechende Antwort auf seinen Request bekommt. Und da sehen Sie auch, hier unten erscheint die Antwort Receive Tell the World. Also es funktioniert. Wir können diesen Client auch noch einmal starten und werden dann dasselbe Ergebnis bekommen. So ist es. Da sehen Sie also, dass unsere Socket-Kommunikation einwandfrei arbeitet. Schauen wir uns das Ganze, wie gesagt, nochmal kurz aufbereitet auf der Folie an. Und Sie sehen hier, dass dieser Teil Verbindungsauf- und Abbau einen großen Teil einnimmt. Hier habe ich jetzt dieses Finally hinzugefügt, wo Sie den Socket tatsächlich sauber schließen. Und Sie sehen, dass dann eben in dem eigentlichen Teil Do.io genau dieser Teil erst empfangen und dann senden umgedreht gegenüber dem Client verläuft. Und das aber ansonsten das Streamhandling genau wie im Client selber stattfindet. die eigentliche Protokollverarbeitung, die geschähe genau hier in diesem kleinen gelben Block, den ich Ihnen hier nochmal markiert habe. Da machen wir natürlich hier momentan gar nichts. Aber wenn Sie tatsächlich eine fachliche Aktion durchführen müssten, dann fiele dieser Teil eben gerade richtig umfangreich aus. Und da geht dann die Arbeit rein, dass da auch Server und Client synchron das gleiche Protokoll sprechen. denn ansonsten kommt es hier zu Fehlern. Ich hatte eben kurz das Thema Skalierung schon angesprochen. Unser Socket-Server, der ist momentan nur Single-Threaded. Das heißt, es wird jedes Mal die Anfrage komplett abgearbeitet, bevor wieder die Accept-Methode erreicht wird auf dem Server. Und das heißt, wenn ein anderer Client hier anfragt, während wir gerade in der Verarbeitung uns befinden, dann wird der Client hier warten müssen. Die Abhilfe dafür wäre, dass Sie eben aus der Accept-Methode jeweils einen eigenen Thread starten, um genau dieses Do-IO durchzuführen. Ist also allgemein guter Stil, die eigentliche Verarbeitung, wie Sie bei mir eben auch im Beispiel gesehen haben, in einer eigenen Methode auszulagern. Die Kommunikation mit dem Client, die geschieht eben immer über dieses Socket-Objekt und nicht über diesen Server-Socket. Das haben Sie gesehen. Also der Server-Socket generiert bei jedem Accept ein Socket. Unter der Haube, das wissen Sie aus Netzwerke jetzt, wird dort wahrscheinlich passieren, dass eben der Client einen anderen Socket genannt bekommt, einen anderen Port genannt bekommt, auf dem man dann kommunizieren kann, damit der ursprüngliche Port wieder frei ist. Und man handelt dafür dann, ähnlich wie ein Browser, das bei Anfragen tut, einfach einen höheren aus. Und den kann man ja dynamisch erzeugen, wenn man ihn braucht. Und damit ist der Server dann Multi-Threading-fähig und die kritischen Teile, nämlich gerade diese Verarbeitung dieses Protokolls, wo ich eben darauf hingewiesen habe, dass die meistens länger ausfällt, die sind genau ausgelagert. Fassen wir kurz zusammen. In den oberen Schichten dieses ISO-OSI-Schichtenmodells können Sie die Teilfunktionalitäten nutzen in Java über verschiedene Sockets des Betriebssystems und dann eben über die entsprechenden Klassen des Java RPs. Sie haben auch gesehen, dass die Kommunikation über diese Sockets in Java relativ einfach gelingt. Meine beiden Beispiele, die umfassten hier jeweils nur eine Folie, waren schnell geschrieben und auch schnell laufen gelassen. Und der Aufwand, der hier entsteht, der entsteht in der Regel, wenn Sie eben dieses fachliche Protokoll verarbeiten möchten. Damit bedanke ich mich erst mal und wünsche Ihnen viel Spaß beim Selbstcoden dieser Sockets. Bleiben Sie uns gewogen. Bis bald.